Schlüssel habe ich gefunden Ich bleibe jetzt hier mal stehen In der Hoffnung, dass nur vorne welche kommen So, noch ein Schlüssel Blauer Edelstein Und ich höre gerade nichts Warum höre ich nichts Hi Das Problem ist, ich höre glaube ich schon wieder eine zweite von denen Das ist der zweite Schlüssel Augment fire The duration of haste spells Ah, ich habe Hast, okay Kommt, ich muss ihn mal totkriegen Danke Scroll of fireball So, Haze ist deaktiviert Das muss ja umgedingt so schlimm klingen Blazing Scepter Ja Du bist jetzt erst einmal ein Projekt Tier Ne, halt, du bist ein Apprentice Spell So, jetzt da ich Wohl scheinbar kurzzeitig Ruhe habe Ich hoffe es jedenfalls mal Ja, hier war die Sackgasse Hier wird der Ausgang sein Ist das ja auch nur eine Sackgasse Ja, scheinbar Ah, das wäre noch ein Weg Okay, hier hätte es einige Wege gegeben Die auszumanövrieren Ich hätte halt nur Das war halt der Weg da vorne Ja, hätte ich die Wege hier benutzt Gefunden und alle benutzt Hätte ich mir erst einmal die sechs Krabben Die hier drin waren Es waren ja sechs Sparen können So, Todesfall Geschafft Bevor irgendwas schiefläuft In dem Kann ich eigentlich Na, ich kann ja jetzt nicht mehr zurück Gut, beim nächsten Mal Wenn ich wieder zurückkehre Mal gucken Mal gucken Ob ich die Gems wieder mitnehmen darf Ernsthaft Ich muss also B und A noch lösen Und ich weiß immer noch nicht Was sie zurückhaben wollen Auf jeden Fall nicht den komischen Gift trank Das auch nicht Das auch nicht Stein auch nicht Grüne Edelsteine Auch nicht Die Torumkohle Ist es auch nicht Der Torumstab Auch nicht Du kannst mal die anziehen Das auch nicht Den Toten auch nicht Das Zepter auch nicht Das Zepter auch nicht Das bringt mich nur Wieder hier hin Aber jetzt Das ist gerade die Passantentunika Da drauf geforfen Auch lustig Wenn ich ihn hier platziere Wird es auch nicht viel bringen Ich glaube das ist der falsche Altar Gut, was ich jetzt nochmal ausprobiere Ist das D Ja Wenn ich hier den Roten rausnehme Kann ich rausnehmen Du hast schon wieder Hunger Warum hast du eigentlich immer am meisten Hunger Was auch immer gerade passiert ist Weil die haben es hier ja auf der Ebene Irgendwie mit den roten Steinen Also ja du kommst mal wieder mit B Tatsache Okay Weniger schön Und dass hier jetzt Die Schleims drin sind Äh Und ich hier rumgeportet werde Das wird wie straight forward Nein So jetzt habe ich eine Wasserflasche Kann ich daraus so bekochen Nein So die Recovery hat nachgelassen Nee Nee hier werde ich weggeportet Nee hier werde ich weggeportet Ja Porter So kriege ich wenigstens meine Wasserflasche wieder Oh Ja Hier ist wenigstens der Ausgang Wieder Schön dafür Hier ist aber sonst nichts Nee Okay Ja das ist taft äh, ja okay, ich bin wieder hier ja, sehr cool hier hat sich nichts geändert, oder? ne, nicht direkt und hier auch nicht okay jetzt bin ich schon wieder hier, also da ist kein Teleporter da ist sie doch, ne? das sollte ich mir mal aufschreiben das war ich gerade, wo war ich gerade? egal, merken wir uns mal hier da ist keiner da ist jedoch einer jetzt bin ich hier da ist auch einer ich sollte eigentlich einfach die Felder markieren wo keiner ist da ist auch ein Port also, dass ich alle Porte mal markiere wie den da so, da haben wir gesagt ist einer da ist auch einer so, wenn ich also nach links gehe ist hier einer da ist keiner da ist einer das bringt nichts mehr da haben wir gesagt ist einer da ist keiner da ist dafür einer da ist auch einer und da auch und hier auch da geht jetzt was auf mal sehen ist hier einer ja, hier ist auch noch einer und jetzt bin ich wieder hier gut, das bringt mich hier hin das bringt mich hier hin und hier ist auch noch einer der mich wieder an den Anfang bringt gut ich würde sagen ich versuche jetzt mal hier zu speichern und